KUTAN Immobilien. Seit fast 30 Jahren für tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein konnte zum Tag des Stipendiums wieder zahlreiche interessierte Gäste auf dem Campus in der Ernst-Böhe-Straße in Ludwigshafen begrüßen. In Kooperation mit der Initiative arbeiterkind.de konnte der Tag des Stipendiums bereits zum sechsten Mal in der Hochschule Ludwigshafen durchgeführt werden. Dabei werden bewusst nicht nur Überflieger und Einzelkandidaten angesprochen. Wir sind eine Hochschule, die sehr für Offenheit steht und auch für Durchlässigkeit. Arbeiterkind.de hat ja sowieso das Konzept, dass sie eben gerade Kinder aus Nichtakademikeraushalten im Studium fördern wollen. Das ist eine Angelegenheit, die wir sehr gerne unterstützen, wobei natürlich der Tag des Stipendiums allen offen steht und nicht nur Kinder aus Arbeiterhaushalten. 16 Stipendiengeber stellten sich Studierenden, Schülerinnen und Schülern vor und beantworteten alle Fragen rund um finanzielle Förderungsmöglichkeiten im Studium. In Vorträgen wurde darüber hinaus ein umfassender Überblick über die Stipendienlandschaft in Deutschland vorgestellt. Ein zweiter Schwerpunkt wurde auf finanzielle Unterstützung von Studierenden im Ausland gelegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.mannheim.arbeiterkind.de